Krach und Getöse ist der Hamburger Musikerpreis, den wir hier jetzt im 8. Jahr ausloben. Und das ist ein Preis, der sich weniger als ein Orden versteht, sondern eben als eine Brücke von der musikalischen Idee in den Markt. Es haben sich 280 Bands beworben, die alle eine sehr hohe Qualität hatten. Und die letzten 60, wir haben sehr lange diskutiert und auch die Jury-Sitzung um Stunden überzogen, bis wir uns dann mal wirklich auf die 5 Preisfräge geeinigt haben. Ohne die Haspa Musik Stiftung würde und wird es diesen Preis nicht geben. Das ist die Realität. Kulturförderung braucht Geld.